Son rennt auf einmal ganz weg. Ich hole mir den Ball hier irgendwann wieder. Muss los. Hier hole ich mir den Ball wieder und achtet wohin Son läuft. Der rennt nach außen und Abwehr überlaufen. Das geile daran ist nicht, dass er frei steht oder so, sondern das ist einfach die Mitte. Diese Innenverteidiger, die sind dumm. Wisst ihr? Die sind oft dumm und die gehen einfach mit dem Innenverteidiger weg. Und ihr habt einfach immer so viel Platz da in euer Zehner, Achter, weil es gibt keine Innenverteidiger mehr. Achtet jetzt, es gibt einfach, die Innenverteidiger sind weg. Und die meisten halt in der Weekend League und so, die wählen halt selber nicht die Innenverteidiger an dann oder so, merken das. Guck mal, der ist komplett los, der weiß gar nicht mehr, was er machen soll. Und deswegen immer Stürmer nach außen und ziehen Abwehr überlaufen geben. Taktik, Taktik Schule von Moorba. Junge, Inshallah. Komm mir jetzt, tut mir mal die Daumen hier. So ein Namer, der wird richtig schmecken. Ich brauch nämlich paar Coins, sonst kann ich meine Teams nicht bauen. Ein paar Coins jetzt. Oh mein Gott! Was? Ich dachte, das wär die Animation, Digga. Warum ist denn das lila, Alter? Falsch dich, du Dreckswichser! Scheiß, Lade, du! Guck mal an, Alter, der ist überall der Typ! Mit so einer Scheiß-Einstellung, ne? Die können auf einmal alle FIFA spielen, Alter! Das fuckt mich alles ab! Machen, Alter! So eine Scheiße, ey! Ich hasse dieses Spiel einfach nur noch. Maschallah, wenn der Ball ankommt. Ey, Jungs, kann man mit einer einen Clip machen? Machen, Alter! Machen, Alter! Machen, Alter! Machen, Alter! Machen, Alter! Eieiei! Was war das denn? Ne, nur Clip mal direkt, ja? Ehrlich! Was ist das?! Guckt ihr euch das an? Guckt ihr die Scheiße an! Ich bekomme keine Ball! Ich bekomme KEINE BALL, ALTER! So eine Schmutz, so ein Scheißspiel, man! Unfassbar, was hier passiert! Gönn jetzt! Alge, Alge! Ich will reinkommen! Alge! Alge! Komm mir jetzt! Hä? Nein, das ist ja nicht das... Hä, Gotti! Mechti! Mechze! Ich hab Mechse, gezeugen! Wauw! Wauw! Wauw, Mechse! Wauw! Ah, oh mein Gott! Ich hab Mechse, gezeugen! Ah, yeah! Dicke, Bro! 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 Was soll ich denn tun? Dicke, was ist... Ah, 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 ah. Bullshit passiert hier nur! Die hat aber auch gerade keinen Ball aktuell, ne? Entschuldigung! Alter! Alter! Wer war? L1 oder was? Das war tatsächlich ein Heber, ja. Da muss ich mir mal selbst schütteklopfen? Alter, wie er sich jetzt da... Oh, ne Mist! Was für ein krankes Teil! Discord hat gechockt! Oh! Oh! Oh, der war 6 Meter in der Luft! Was ist das denn? Das war diese... Oh! Das Spiel ist so kacke! Das ist aus dem Fantasy-Film, Alter! Das sind so kacke! Oh, ne! Oh, ne! Das wollte ich sogar machen, Digga! Oh mein Gott! Baby! So wie Gianni das auch gemacht hat... Oh mein Gott. Oh mein Gott... Oh mein Gott, Anis! Oh mein Gott, Anis! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der hat sich einfach so weit die Tore draus und... Ja. Ja, Junge! Messi! Geil! Geil! Köstlich! Zuerst war so ein Tor gemacht, oh mein Gott! Elfmeter! Das gibt's nicht, das gibt Elfmeter! Er quittet? Was für ein Hurensohn, er quittet! Ohohohohohohohohohohohohohoh! Was? was ich mir denke, wenn ich an der Weakobjekte in die ich das fünfte mal hintereinander gegen zwölf icons gekommen bin